Moin Leute, hier nochmal ein kleines Video, wie ich denn das mit den Spintern jetzt mache. Nur um das noch einmal darstellen zu können. Und danach kommt ein Video zu meiner Handhaltung, wie ich denn überhaupt spiele. Ihr seht, ich bewege nicht sehr viel, aber auf dem Bildschirm seht ihr schon. Und unten seht ihr auch, dass ich teilweise 300, 400 Sachen erreiche. Manche machen lieber große Kreise, aber ich mache lieber kleine Kreise. Naja, so geht das auf jeden Fall. Ich muss mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und dabei zu reden ist echt komplizierter, als man denkt. Bis zum nächsten Video, wo ich dann die Handhaltung zeige, die ich immer habe. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.